Die Aura, dass die Aura überfloatet. Frauen sind meine Hobby. Ich glaube, alle Menschen sind Farben. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Dass ich die auf der Bühne irgendwie brauche. Also ein Vertrauen zu denen haben muss, dann macht es mir am meisten Spass. Weil dann kann ich irgendwie loslassen und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch. Das ist anders als Deutsch. Und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch. Weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwie so ein bisschen die Sprache vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Willst du mich heiraten? Hörpoi, hallo! Oh, Papst, so einfach geht das nicht bei uns. Mein Papst, der muss dich erst mal kennenlernen. Also morgen, da geht er ins Bad und du gehst da auch hin. Du musst ihm auf jeden Fall gefallen, okay? Bye! Untertitelung des ZDF, 2020